Ja, hallo, also ausgegebenen Anlass, ich habe nicht viel Zeit, deshalb muss ich ein bisschen schneller reden, wird dieser Vortrag nur in Tweets abgehalten werden. Ihr könnt euch vielleicht überlegen, warum, weil es ist halt modern, dass man einfach darin was sagt. Boah, 15 Sekunden sind voll lang. Also, es ist... Also, das Hitl ist, was wir beim Aufbau vom Podcast in Gießen gelernt haben, ist einfach ganz einfach von Null auf Podcast. Ja, wir haben uns einfach mal überlegt... Soll ich weitermachen? Vorbei, es wäre mal ein ganz neues Format. Ganz neues, spaßiges Format, stelle ich mir vor. So. Ja, nee, ja, also wir haben es eigentlich zusammen kaputt gemacht. Ist aber kein Problem, weil wir... Warte mal, das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Warte. Warum ist das... Wie hast du denn das gemacht? Ja, aber ich bin aus einem anderen Tool und da hast du noch nicht gespeichert. Ja, ja. Läuft schon. Ist schon passiert. Aber er hat diese nicht. Die erste hatten wir... Ja, ja, genau, genau. Wir können es nachher nochmal forensisch uns angucken. Ja, ja, Moment, Moment. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. So. Nee, wieder. Ja, da die Hälfte der Funktionen auf dieser tollen, schlauen Bar hier zu finden ist, ist das alles nicht so drin. Ja, also Command und R. Können Sie nochmal neu aufmachen? Er hat es offenbar gespeichert im Preview. So. Dann habe ich jetzt die eine Folie markiert, ja. Ihr seht es, die eine Folie ist markiert. Ist übrigens kein Problem, wir haben heute zwei Sprecher verloren. Also von daher, wir haben genug Zeit. Und jetzt kann ich es ja auch sagen, jetzt kann ich es ja auch sagen, das ist Absicht. Also das war genau so geplant, wie ihr das jetzt seht. So. Macht das. So, und rückgängig funktioniert nicht, deswegen kann ich hier Command-Z drücken, solange ich möchte. Gut. So, alle Gegenüberzeigen. Ja, ja, ich habe... So, es ist doch jetzt nur die eine markiert. Ja, gut, ich lasse es so. Okay, die erste haben wir nun gesehen, dann... Ja, gut. Und Sepp erklärt uns dann mal, was hier schiefgelaufen ist. So, also. Okay, also ihr übt alle mal, jetzt dreht man den Kopf nach links oder nach rechts, je nachdem, was passiert mit den Folien. Also nochmal, wie gesagt, wir twittern heute alles, das alles ist auch getwittert. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das einfach teilen auf Twitter. Ausgegebenen Anlass. Titel ist von Null auf Podcast, was wir beim Aufbau des Podcasts in Gießen alles gelernt haben. Ich gebe euch hier so ein paar kleine Insights, was wir dabei, naja, was wir falsch gemacht haben, was wir gut gemacht haben, was ihr auch vielleicht mitnehmen könnt, wenn ihr selber einen Podcast machen wollt. Der Podcast in Gießen für uns, wir haben uns ein bisschen überlegt, was wollen wir damit tun. Es war eigentlich im Prinzip, wir brauchten so eine Punchline und im Endeffekt hieß die Punchline dann, Menschen, Erfahrung, Digitales. Das ist das, was wir in den Podcast rüberbringen wollen. Und um darauf zu reagieren, dass dieses Ignite-Format ziemlich schnell ist, habe ich dieses Hashtag heute eingeführt. Also ich lasse mich hier nicht hetzen. Ja, also genießt diesen kurzen Moment und mit dem Podcast, bitte? Schneller. Du meinst, wenn ich 15 Sekunden habe. Mit diesem Podcast ist uns klar geworden, dass wir am Anfang gelegt haben, reden wir über Themen oder Technik? Nein, wir wollten eigentlich immer die Person, die davor steht, also jemand, der uns das erklären kann, der dann zwar auch eine Technik transportiert. Das ist der wichtigste Zugang zum Thema. Interessant war dann, als wir angefangen haben, sobald das Mikro an war, so wie jetzt, ja, dann fangen die Menschen auf einmal an, ganz komisch zu reden. Also wir auch, ich auch, ich rede da unten, wenn ich da sitze, ganz anders und sobald das Ding angeht, oh, da bin ich super nervös. Also das Gefühl beim ersten Podcast oder beim ersten Mal auf der Bühne mit dem Mikro, das kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr das erste Mal das Ding in der Hand gehabt habt, das war total komisch. Aber egal, wir sind einfach blau-rigg dran gegangen. Ich habe Zeit. Ja. Unser Format, 15 bis 25 Minuten, wir reden kurz ein bisschen, so vorab, so warm up, 15 Minuten, wir schneiden nicht und dann geht es los, dann wird aufgenommen und dann gibt es keinen Cut mehr, nur noch ein Intro und Outro dafür. Kommen wir zur Technik. Problem beim Podcast. Also, wenn ihr mal einen Podcast selber aufnehmen wollt, überlegt euch, in was für einem Raum ihr seid. Das heilt und so weiter und es gibt Hintergrundgeräusche, wir haben das letzte Woche gehabt. Dann brummt es tatsächlich irgendwo im Hintergrund und du siehst das alles. Nächstes Problem, die Technik. Besorgt euch ein schönes Mikro, am besten eins mit Headset, dann seid ihr die Umgebungsgeräusche ein bisschen los. Und macht euch ein bisschen schlau bei der Nachbearbeitung. Wenn es jemand weiß, er kann uns gerne ein paar Tipps geben. Dritter Teil, was ist dann die Plattform, wo lade ich das hoch? Wir haben uns dann der Einfachheit halber für Soundcloud entschieden, weil von Soundcloud komme ich relativ gut nach iTunes. Jetzt mal gucken, was mit Soundcloud passiert und naja, wir sind mal gespannt. Vielleicht werden wir das auch bei uns irgendwann im WordPress hosten. Jetzt kommen als nächstes die zehn Podcasts, die wir schon gemacht haben. Da suche ich uns immer mal ein paar raus. Der erste Podcast, den wir gemacht haben, das war von Dominikus, der das mit mir macht. Und mir einfach, wir reden über uns, was ist die Idee dahinter. Der zweite war das Startup Weekend. Dann haben wir mit der Julie Wollett, sie ist Professorin in Gießen gesprochen, an der THM. Das ist bislang der erfolgreichste Podcast gewesen. Wahrscheinlich, weil sie dann auch noch einige Studenten drauf hingewiesen hat. Und wir haben mit Jens Ile auch mal aus der Politik gesprochen. Gerald Hörhahn, der kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Mit denen haben wir gesprochen. Das war auch ganz witzig, dass er Dominikus dann in Frankfurt in einem Hotel gemacht. Und mit Georg Schumacher, einem Querdenker und einem Einfachmacher nennt er sich. Max Thebe über Lean Canvas und mit mir selber über, ich mit mir selber? Naja, egal. Der Webmontag Gießen mit mir über das Thema Growth Hacking. Wie wir quasi den Webmontag Gießen größer machen und wie wir den Podcast größer machen wollen. Und der Podcast, der letzte, den haben wir letzten Sonntag, war das letzten Sonntag aufgenommen. Treffen der Webmontage. Ich habe Roland getroffen, Anna und Kerstin aus Darmstadt, also Anna von hier. Und das ist quasi das Treffen der Webmontage. Ganz spannend, könnt ihr euch mal ein bisschen reinholen. Wir in Gießen freuen uns immer über Speaker, Ideen, Mitmacher, Tipps. Also wenn ihr aus der Region Mittelhessen seid, ihr müsst nicht aus Mittelhessen sein, meldet euch einfach bei uns. Könnt ihr sehr, sehr gerne mitmachen. Ich bin nicht schnell in der Zeit. Aber grundsätzlich, wie bei jeder neuen Idee, gilt es einfach machen. Ihr müsst es einfach machen. Diese Zahl stimmt so gar nicht mehr. Wir waren jetzt vor dem Webmontag Frankfurt über 1000 Plays in vier Monaten. Das sind mehr Leute, als wir bei den Veranstaltungen hatten. Und das sind 15 gekaufte Sekunden wiederum. Also der Webmontag Podcast ist im Prinzip das für uns, wo wir die meisten Leute erreichen. Und da sind wir eigentlich echt super zufrieden. Ihr findet uns auf Soundcloud, iTunes. Ihr könnt uns abonnieren. Danke an das Webmontag Frankfurt Team. Alle Tweets sind auch vorhin über Twitter rausgegangen. Also ihr könnt einfach liken und so weiter. Und ich hoffe, das war es jetzt. Oder? Ich bin fertig. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020